Neu von Smoby, die große Tefal-Studio-Küche. Hier kannst du waschen, alles trocknen und dann bügeln. Ach, so viel zu tun! Jetzt gibt es eine Erfrischung und dann ein leckeres Essen. Kochen und waschen in der Studioküche von Smoby. Heute kochen wir mit der Tefal-Evo-Küche von Smoby. Schnell die Karotte geteilt und ab in den Ofen. Wasser in den Topf. Mhh, die Nudeln und das Fleisch sind auch gleich fertig. Oh, schau mal, die Küche wächst mit. Pfannkuchen wenden ist so einfach und dazu eine frische Tasse Kaffee. Die Tefal-Evo-Küche von Smoby.